Natürlich! Ja klar! Deine Hurenmutter, die hatte nichts zu tun als sie dich geboren hat. Natürlich! Toten ist gleich der Nächste, klar! Ja, T-Rex, 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 T-Rex bei denen! Jo, sehe! Rennt weg, rennt weg, rennt weg! Rappen! Stock angehendet, andere Seite! Ja, ich sehe ihn, da ist er, da kommt er, da kommt er! Ganz links, Schopper, zurück, zurück! Komm, Zange! Achtung! Verfolgen! Rappen! Der geht vorbei, oder? Ne, ne, der kommt nicht an mir vorbei, er misst, dass das Nebel geht! Weg ist er! Und hinten einer, Y-Snaps! Geißer! Er rennt weg! In die Böse, T-Rex! Er sitzt auf dem Dach bei denen! BÄM! Achtung! Nee, warte! Wuuuuh! Boah, ey, hab ich grad hier am Pult, ey! Nice! Ich bräuchte hier mal Hilfe! Jo! Muss ich raus! Entweder zieh, Achtung, zurück! Boah, Boah, Hohohohohoho! Bääm! Boah! Beat! Has' ihn? Ab. So wenn er... T-Rex wehher, kommt. Ich hab Schildüberladung. effic lapel Ist unten drinnen? Unten drinnen. Ich gucke links, guckt jemand rechts? Wo ist bei dir unten drinnen? Hier in der Hütte ist der drinnen in dem Haus. Das ist Schieser. Aber ich wissen schon wo sich getaunt hat und abgehauen ist. Da ist der Titan vom T-Rex unten in der Hule. Y-Slaps auf mich drauf. Achtung Tony, die kommen alle zu euch. Cole, die sind hinter euch. Hinter euch, hinter euch. Oh T-Rex hinter mir direkt erst bei mir. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Keine Frage. Sie haben damit verschiedene Ziele erreicht. Gut gemacht. Oh du Killer, Alter. Alter, hat er mich ganz knapp noch mal an meinem kleinen Ding. Boah, hat er mich. Muss er mich drüber rüber tun? Ja, krass. So. Achtung, der kommt jetzt bestimmt, ja das wollte ich grad sagen, der kommt jetzt bestimmt wieder übers Ding, übers Dach gelogen. Hinter dir. Alter, ey das ist so ein erwärmlicher Dreck einfach. So eine Runde, eine schnelle Runde geht noch und dann bin ich weg. Ja, genau. Jo. Jo, vielen Dank. Du warst ein Schwitzer. Ja. Der ist gerade erst aus seinem Titan ausgestiegen. Der ist in das Gebäude rein, hat nichts gekillt und hat plötzlich wieder nen Titan. das kann der mir noch nicht erzählen, der spazt. Ne. Titan Burn Card. Der hat bestimmt welcher. Und jetzt spielt er sie aus. Oder du denkst es competitive. Aber nicht so schnell. Doch. Meinst du wie schnell das geht? Kaum ist der draußen, drückt er gleich die Titan Burn Card rein und dann war's das. Ja. Ich dachte, ne Titan Burn Card geht nur wenn du ähm... Ne, auch wenn der Titan kaputt ist, kannst du sofort ne neue reinhauen. Also wenn du jetzt zum Beispiel Würfel hast und nur Titan Burn Cards, jetzt drei Würfelkarten und nur Titan Burn Cards, alter. Hast du gewonnen? Es reicht eigentlich schon eine. Eine Würfelkarte und nur Burn Card, Titan Burn Cards. Hast du gewonnen? Was auch sinnlos ist, wenn man immer alleine ist, man ruft seinen Titan. Titan Clay. Weiter dann... Der killt ja sowieso alle aus deinem Team. Mit seinem Gekämpfer auf nem Dach. Also ist eigentlich am besten wär's, wenn du vier Mann Team machst und jeder ruft am Anfang Titan. Ja, den rausgegeln sozusagen. Ja, den kann der nicht mehr regeln. Ja, und das musst du immer wieder machen, Runde für Runde. Ja, der hat auch... Ja, das sind die alle vier... Und die alle vier müssen dann auch alle auf dem Haufen rum 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 rum. Also nicht irgendwie über den Map und Piloten jagen, sondern nur den T-Rex. Immer zu viert, alle zur gleichen Zeit rum rennen. Den Weasel Flaps, den brauchst du gar nicht zu beachten, das ist eigentlich nur Nebensache. Soll nicht die normalen Wege gehen. Die Anti-T-T-Rex-Wege gehen. Ich grüße euch, ihr Vier. Jo, Weaselflaps. Oh, Alter, ist das dein Ernst? Wer hat dir zuteilt von den? Ja, alles klar. Er hat gleich als erstes Atlas genommen. Wo ist der? Gaukt der rum? Ich sehe ihn nämlich gerade nicht. Der war gerade bei der Basis bei uns. Ja, wenn er den Standkrieg will, kriegt er den Standkrieg. Natürlich! Klar, er holt mich! Ich sprich da hinten rüber! Jetzt Tu, sogar mit dem Andreakonn Long capitulation. Ja, du kannst nicht da hin. Ja, ja. Oder? ich habe ihn erschossen den scheiß T-Rex beim Campen mit dem Kopf geschossen der Nutte oh jetzt hat mich der Schreuzflip-Idiot gepumpt also diese Nutte also oh oh der T-Rex hat wieder Titan oh ne also wieso gaucht denn der hier mit der Schreuzflinte bei uns und mir reicht's aber ey jaa gute Kinder alter wir haben unsere Flagge verloren hier du hast Räte gegen dich T-Rex und T-Rex 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 Wiese Flats sieht mich auch abneckt weiß genau wo ich bin alles klar T-Rex ist 50 Sekunden bereit das endst du was du noch gegen den machen kannst ist am Anfang ehn Titan rufen und dann Flaggen holen dass der halt nicht dazu kommt überhaupt irgendwie mit seinen T-Rex was zu killen Titan kommt, wo ist denn der T-Rex jetzt? Der wollte mich doch gerade challengen. Aber dann hat er wieder die T-Rex Taktik gemacht und ist abgehauen. Ich hab ihn einfach mal ausgezogen und dann bin ich gleich. Aber dann kommen Wieselflaps von ihm. Das ist doch was, Junge. No, Titan. Mitte, Titan, Wieselflaps. Hab ihn. Tart er sich gleich. Von hinten. Ja. Ey, ihr fetten Ogre, lasst mich mal durch. Ich bin schneller als ihr. Achtung, es knallt. Ne, den hab ich nicht gedrückt. Da oben ist einer. Wo? Selten. Da hinten. Der hat schon was Titan geblumt. Der hat sich dadurch wahrscheinlich selber wieder eng geholfen, oder? Ne, noch nicht. Der ist bei uns gegenüber von unserer Basis. Hat jetzt nen Titan. Steigt jetzt ein. Wer ist das? Das ist glaube ich Wieselflaps, oder? Ne, das ist Lazy. Lazy. Das ist T-Rex. Ziehen raus. Ziehen raus. Da konnte ich nicht. Ich war schon kaputt. Gegrüßert. Ach du, hinter dir Piller auf dem Dach. Sitzen immer getarnt. Gib mal Callouts, Alter. Ja, ja, ich weiß schon ungefähr wo, aber er ist. Ich seh'n nicht. Ich seh'n nicht. Ja, hat jetzt einen Titan geblumt? Er ist ein Titan. Das ist wie du. Ich schmeiß' direkt Elektrogranaten drauf. Nein. Nein. Schön, schön. Er ist weg. Toni, nimm's nicht mal mit. Immer schön Titan, Kontrolle halten. Sag Bescheid. Oben auf dem Baum. Genau links. Ab. Ab. Schön, hab's ruhig. Oben hinter dir, Toni. Das ist der T-Rex. Äh, der T-Rex. Hinter dir. Ach man sucht nach rechts. Genau, das ist er. Vorsicht. Die haben beide Teile. Ne, egal. Ich hab halt jetzt auf'n Poli mit. Bruch, Alter. Ich hab Aiden getroffen. Ach mit. Ne, du hast den Jaded hier. Den Noob-Kentern. Egal. Wir haben ihre Flagge. So, das ist doch die erste Halbzeit, Alter. Ihr wütter. Ihr fatzen Kinder. Hauptsache 2-2. Und spiel' mit der Schermlock. Alter, der T-Rex, der kriegt jetzt hart auf die Fresse. Das schwör' ich bei Gott. Auf jeden Fall. Ja, guck mal, wenn dieser Bi-Batsch, der darf nicht in den T-Rex reinpieten. Eigentlich muss der raus. Wir müssen irgendwie zusammenbleiben, dass wir den halt wegscouten können. Ja, es wird da links der T-Rex, wo Grizzly und Schöpfer sind. Ich wünschte, wir hätten Arbeitstoren. Wieder Stagger-Form. Ja, Weißflaps oben mit Schalldämpfer. Und Schnüppler. War er das, Toni? Ja. Ja, da ist er, da ist er, da ist er, da hinten steht er. Ja. Oh, da hat mich Weaselflaps. Alles klar, deine Lüge. Ja. Ja. Achtung, ich bin unterwegs hier. Achtung, da oben. Oben. Weaselflaps, hab ihn. Weißflaps. Da unten. Da hinten. Ich hab doch was Sprechen gesehen. Auf jeden mittig. Inzwischen im Baum. Titan hat mich. Ne, doch nicht. Was? T-Rex auch hinter dem Baum in der Mitte. Kein Titan. Läuft zurück zur Base. Läuft zurück zur Base. Pass auf, Toni, hinter dir. Er ist im Titan. Er ist im Titan. Keep cool. Enthalten, er ist in 60 Sekunden bereit. Da haben unsere Flagge verloren. Ich bin hinten auf ihn drauf, Jungs. Oh, der hat Elektrobiegen verteilt. Der fötzt und so. Was hat der denn gemacht? Ach so. Mit der Cluster. Er hat kaum noch was. Er hat kaum noch was. Er hat kaum noch was. Er musste sich teilweise selbst opfern, weil ich... Ah. Ja, den kriegen wir. Titan in 20 Sekunden. 25. Ja komm. Ah, weg ist er. Ein schönes Ding. Der war weg. Ah, Toni, hinter mir. Hinter mir. Autsch. Der hat solche Cluster-Dinger. Der gibt's Pirn-Cars. Ja, ich hab's gemerkt.